ja buddy was geht aber lieben seid ganz herzlich willkommen hier bei povrot tv mein name ist natürlich povrot und ich habe einen lieben gast mit dabei der lange nicht mehr mit mir zusammen lol gespielt hat er steht noch in der base wartet darauf dass er irgendwie reconnectet ja da ist er der liebe toxik hallo und ich hab noch keinen sound ich weiß nicht warum ich keinen sound auf dem game aber also gehört wahrscheinlich gerade ich habe keinen sound also wenn es ganz schlecht läuft dann hast du sozusagen keine aufnahme und wenn es gut läuft dann hast du trotzdem eine aufnahme und auf jeden fall hat man nicht bei mir also man hört aber dass ich rede und dass du redest in alles was ich hatte das in meinem mixer und ich habe dann läuft klein gesehen aber es war einfach richtig weit hinten und deswegen habe ich das nicht gesehen dass er da wie der ton aus war das heißt jetzt hast du sound ja ja so was geht jetzt ab du spielst wukong auf hd natürlich in der topi also den affenkönig höchstpersönlich das passt irgendwie ich bin der könig im afrika so die spieler miss fortune auf ap alter macht ja ich bin tot hast du dich von der tentakel treffen lassen von einer von allen wie wird es doch erst level zwei oder nicht ja ja aber ich muss jetzt hier dodge mechanics auspacken alter so season 6 hat übrigens gestartet das heißt wir müssen uns jetzt ganz neu platzieren auch in ranks das ist jetzt erst mal kein rank wir spielen das ganze ganz chillig runter und ja genießen noch das game bevor es stressig wird wenn man die range games endlich dann los los zwirbelt boom kleiner timo ärgert mich so hast du schon rings gespielt nenne noch gar nicht ich bin quasi eben gerade aufgestanden vor einer mitte sekunde und dann bin ich angekommen habe ich dich schon gesehen und dann hieß es aufschlangen den hätten wir fast gehabt ach so meine zuschauer und allgemeine zuschauer müsste bitte schreiben bei mir ob der ingame sound zu laut ist und wie das sound allgemein ist denn ich habe mein pc ein bisschen verbessert und ja bis die ganzen einstellungen neu getroffen werden und 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 jetzt muss man wieder den ersten weg finden bis die lautstärke und alles so ist wie es einmal war ja es dauert dann zwei drei folgen dann hat man richtig oh mein gott alter das gute ist du bist tatsächlich nicht gestorben was ist da los sie nimmt dich aus oder was ach pipapo alter pipapo ja so mag ich ihn alter meinen toxik wo bist du so mal hier geblieben ganz ehrlich wir haben lange nichts mehr aufgenommen ja das war halt ne arbeit und arbeit weihnachtsgeschäft da ist die zeit die man sonst immer hat zum aufnehmen weihnachtsgeschäft hast du big business gemacht oder was das ist aber mit thunderlords ist das mega geil hier auf app miss fortune skill ich ja auch die eho das ist doch unfassbar das ist unfassbar ja kack oh debuff ja gut wenn er dich da mit erwischt das ist immer eklig du musst aber drei tentakel zerstören dann bist du befreit ja das weiß ich auch die ex freundin von dieter bohlen wie hieß sie damals nadja ab abdel farag das war die genau die hat das in einem interview gesagt statt dass sie am arsch ist hat sie gesagt ich bin voll am amogger okay farmtechnisch er hat acht mehr und er hält mich gut richtig gut in schach gerade noch aber ich bin gespannt auf mein level 6 er ist jetzt schon level 6 leil der team hält mich auch gut im schach mal by the way alter komm ran elise nice jetzt trifft ihn er macht das doch gar nicht so schnell bam 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 miss fortune ulti OP das gibt es doch gar nicht so was ist los muss man bei dir mal vorbeikommen ja ja wäre auf jeden fall verdammt nice denn der hält mich hier oh ey ich bin gar nicht in reichweiser gewesen du musst auf jeden fall gegen ilau ja auch ein bisschen tanky bauen sonst ja ich werde ich werde nur eigentlich bin ich jemand der man nur ein rüstungsitem baut und danach auch voll tank geht das problem ist ich glaube ich muss jetzt sogar ziemlich early auf rüstung gehen ja also das erste tatsächlich sunfire oder ja das wird auch jetzt kommen puh sie weiß es schon oh shit elise ist am arsch die junge dieses biest ne ilau ist ja ja das kannst du auch das ist halt das problem ist auch also ich glaube gerade so im lower elo ist sie wirklich super stark man muss ganz genau wissen wie das timing bei ihr ist ich finde auch vor allen dingen ihre ulti ne wenn sie richtig gut in paar leute rein snackt dann äh ich weiß du kennst ja wahrscheinlich ihre ulti schon ganz gut ne WAS das glaub ich nicht ja egal ok nice so rein war jetzt tanky und dann take care ja ja das ja ach herr wacha easy sagste wacha easy ja fast ne oh man alter vor allem das was ich krass finde ich hab sie ignited ne und meine ulti gemacht und trotzdem war ihr heal so stark durch die tentakel aber sie hat ihre ulti dann auch eingesetzt oder was NEIN sie war sogar ohne ulti oder was ohne ulti hat sie mich gerade zerdeppert krass na elai hat er eigentlich echt wenn du falsch positioniert bist hat sie die ulti des todes ne ja ja richtig das problem ist halt ihre blöden tentakel geh mir gehöre ich auf die nuss ja da ist wukong glaube ich auch nicht der stärkste gegen das mach ich durch weil wukong einer ist der kann nur offensiv ran und genau wenn du offensiv bist bist du eigentlich in einer guten position so thanks aber wir machen das du farmst doch ganz ok du bist ja nur ganz knapp hinten wenn du einmal stirbst ja nicht stimmt und wukong hat trotzdem später den pornoengage des jahrtausends ja man das jahrtausends klingt immer so verdammt optimistisch das mag ich wolltest du sagen das ist auch ein bisschen töricht von mir oder was nein 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 überhaupt nicht ok sie kommt red also eins ist klar das weiß auch die community powert ist echt hoffnungsloser optimist oh yeah auch wenn es richtig schlecht steht einfach stay positive ey haha er hat alles auf die puppe gekloppt trotten alter miss fortune auf ap alter ich weiß nicht der timo kann gerade irgendwie nicht viel machen habe ich das gefühl also gut farmen ja farmen geht noch ja mach die ulti auf mein klon so wie siehts da aus ich komm auch vorbei scheiße das problem ist ich hab den debuff ne du hast warte du hast aber ulti du könntest du könntest engagen wenn Elisa ihren cocoon trifft sind wir drin komm Elisa jetzt rander ich kann doch nicht der erste sein so so jetzt siehts gut aus so ok geslowed schonmal trifft dein yes haben wir haben wir haben wir bumm good job junges hat sich nichts geändert in season 6 league of legends ist und bleibt ein teamspiel yeah und keiner macht meinen jules verran verstanden hoppa gundam style hoppa gundam style hoppa gundam style nice dann würde ich mal sagen good job hast du deine ulti oh du hast deine ulti nicht mehr gebraucht das ist gut nein das ist aber gut dann hast du die vielleicht für gleich diese ulti von miss fortune auch noch nur 75 sekunden abgelenkzeit ich krieg'n rappel alter das ist doch verrückt aber ich wundere mich dass miss fortune in ACs nicht gespielt wird was ist das was ist deine definition von einem rappel oh no tp wie bitte ich krieg'n rappel wie stellts das zusammen ja er weiss nicht ich raste gleich aber ja weiss keine ahnung hinterfragst du was nicht dann lieben wir ein sunfire hm ich glaube sunfire hat ein bisschen mehr pressure auf ihm sunfire hat ein bisschen mehr pressure auf ihm who questions my ability hä who questions my ability ich liebe ihn weil der hat so ne piepste stimme das ist total süß total süß oh yeah wukong und maastai sind gefilmt was hat er sich jetzt hier gegönnt ähm er hat sich gegönnt auch ein sunfire ist das geil was wir haben beide zuerst ein sunfire gekauft also er hat es schon ich noch nicht aber alter wie ich diesen wie ich diesen kleinen klabuster timo feier alter ne hier pass auf alter jetzt mach ich ihn kalt pass auf Junge ey ey ich weiß gar nicht was hier gerade abgeht Miss Fortune wieso wird die in der LCS nicht gespielt ich habe das Gefühl diese Ulti die ist ja Monster OP egal ob auf AD oder auf AP kannst beides spielen alter Verwalter und das gute ist du gehst später rein engaged nockst zwei drei Leute ab und ich zwiebel in der ganzen Zeit einfach meine Ulti nochmal mit durch oh der trifft das Ding wirklich tatsächlich so was haben wir jetzt hier äh Blasting Wand was gönne ich mir denn vielleicht sowas hier ein Lichbane ey wie nervig dieser kack debuff einfach ist ne ja sie sind schon wieder kassiert ey ich finde das ist eine echt der nervigsten Fähigkeiten die es überhaupt gibt dieser debuff ist doch einfach so OP ich finde der ist nicht mehr und vor allen Dingen heilt sie sich dann ja auch wenn dich so ne zenten und schon wieder aber egal wenn die mich jetzt einfallen ja 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 das war perfekt das war okay aber guck mal du kannst sie trotzdem nicht besiegen ne sie hätte sogar noch ihre Ulti gehabt oder ja ja natürlich natürlich aber trotzdem ist sie ziemlich slow wenn ich jetzt schlau bin und die nächste Wave aber nur ein bisschen abhalte und danach Backy und dann wiederkomme kann ich sie glaub ich tönen glaub ich so Timo hat hier jetzt alles zugepilzt also bei mir braucht gar keiner mehr vorbeikommen oh shit was macht Rengo hier hallo Rengo hallo Rengo ich glaub ich hab auch komplett die falschen Sachen geskillt aber whatever was soll der Geiz er hat geultiht er hat nichts getroffen mit seiner Ulti mit seiner Ulti nice ja ha 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 so ich geh jetzt ganz schnell weg und komme tp wieder nein ich muss farmen top line ist SS oh shitty oh shitty oh shitty Barrieres ohhhhhh der Rengo alter Rengo ist immer so stark ne das wird sich glaub ich niemals ändern ne ich glaub der ist noch niemals genervt oder so das ist das ist einfach oder warte aber gegen Timo geh nicht mit dieses Trinket hier schön seine Pilze aufdecken wir warten nochmal ganz kurz scheiße ich hab alles verballert alter Flash und Barriere weil er seinen Stun getroffen hat und Timo hat auch noch den Kill Alter wir haben ach die Gegner haben Drake bekommen mhm na das geht ja schon mal gut los hier mit 7-4 und die Gegner haben Drake hallo ich sag dazu nur eins stay positive und wir hoffen das sowieso also er geht hier oben wahrscheinlich auch auf full tank so wie es aussieht ja aha die hat er verfehlt schon mal Trottel ich bin der Trottel weil ich mich ja bitten lassen ja ich glaube ich kann die Oma einfach nur fahren ich sollte ihn nicht unbedingt engelchen das wenn ich das tue ist das glaube ich einer meiner größten Fehler wenn ich ihn engelchen voll in seinen ganzen Zentaken das Ding ist hier wird wie viel Leben hat er 2000 Leben wo wir eigentlich das gleiche haben dann kann ich ja noch ein bisschen mehr da also er macht das auch ganz gut mit seinem Taken er geht immer so ein bisschen nach links ein bisschen nach rechts damit sie überall hin spawnen die ollen Dinger die oh er hat mich nicht getroffen hm ich kann jetzt hier auch nicht mehr weg alter der hat überall Pilze ja das Problem ist man kann dann auch nicht wirklich wie mal sagen ok ich komm mal zu dir das ist dann auch so ne Sache ja genau oh wer ist da boah die ist viel zu squishy was macht sie boah du musst da auch recht Digga ja ich hab jetzt mein Mann und nicht mal gehen ich hatte ihn ich hatte Mann und nicht mal Eilise war viel zu squishy die hätte da die hätte da gar nicht reingehen dürfen Bad Bait ich hab das gar nicht drauf gehabt oh ich bin tot wow Alter Schwede oh shit oh shit wir werden jetzt geraped hier ja alter vielleicht müsst ihr einfach mal gucken ich muss auch sagen ich hab gegen Illaoi noch nicht so wirklich gespielt das ist jetzt mein zweites oder drittes Game gegen Illaoi oder Eloi ja und jedes mal ist sie schwer oder was nein jedes mal ist sie spielt sie irgendwie jemand anders mal geht sie auf Full Damage sie geht jetzt auf Full Tank und macht trotzdem Damage zu Solis alter also wenn du überlegst sie geht jetzt gerade richtig tanky ne und trotzdem warum macht sie so Damage sie geht tank skalieren ihre Fähigkeiten auf Leben oh die Gegner haben einen 5-1 Ezreal sehe ich gerade wow das ist auch sehr nice unsere botlane ist 0-7 wow also früher oder später müssen wir glaube ich grooven ja also eher früher nicht später sonst werden sie noch dicker das ist wichtig immerhin ist noch kein Tower gefallen was mich hier eigentlich überrascht ist in dem Zusammenhang das ist auch vollkommen mysteriös frag mich echt warum ist die so ok obwohl sie nur auf Tank geht echt Timo fehlt irgendwie aber ich bin farmtechnisch immer noch dran das ist das was ich ein bisschen komisch finde Problem ist auch ich komme gar nicht erst ran um ihre Tentakel zu töten sie hat so viele Tentakel da bei uns hier ja ich glaube das ist echt ein Nachteil weil Wukong viel zu offensiv ausgelegt ist so Rengar ist hier irgendwo in der botlane botmitte könnte gleich ultien aber farmtechnisch alter ich bin nur viel hinter hier aber ein Tentakel habe ich aber die ist gleich wieder da ja sie geht einfach nur wieder einmal dahin und schon zu den Tentakel da oh man ey richtig frustriert ey ich nutze es zwischen meinen Shadow auch nur noch um ihren Kackler zu dodgen ne ja weil ich den gar nicht mal anders geben irgendwas machen kann vor allem hat sie da haben dort einen Ward und ich kann den Ward nicht manipulieren ich glaube ich probiere es jetzt einfach so hier sind jetzt erstmal keine Pilze mehr so ich weiß jetzt nicht wollen groupen jetzt schon nicht schon ich weiß nicht du hast gut gefahren bei mir ist auch ausgeglichen ah bei guck mal unsere botlane unser Lucian obwohl der viermal gestorben ist hat sogar mehr farm ey was geht ab das heißt das ist ein gutes Zeichen wir können es auf jeden Fall noch gewinnen ein sehr gutes Zeichen so noch ein Vision Ward für Papi dann kann ich auf jeden Fall noch besser die Pilze aufdecken so was passiert jetzt hier guck mal zum Beispiel in so einer Situation sie hätte dir auch folgen können sie hätte versuchen können dich zu suchen und dann wärst du sowieso nicht mehr weggekommen ja ich weiß das ist Illaoi ist aber viel zu stark finde ich das ist einer dieser Champions die rauskamen und die sind stark ja so wie fast alle so wie fast alle ne aber die wird ja auch im Pro Bereich auch nicht gespielt weil die auch offensichtlich ist schön weiten drag haben sie mein Tower ist gefallen durch den letzten Minion Auto Attack jetzt habe ich nicht mal meine Rückzugsstation ne mein Tower ist einfach weg oh man ey und ich habe ihr nicht mal angekratzt das ist ja das witzige heftige Möhre ja 11 zu 5 sowas ist auf jeden Fall noch kein Grund aufzugeben und ich denke mit deinem Engage können wir auf jeden aaaaah Esweiler hat wieder einen Kill damnit die trifft mich noch mit diesem ganzen scheiß Gedöns hier ey also ihr dürft das auf jeden Fall nicht fighten also komm ich jetzt hier auf Back oder ist hier ein Tentakel Sport und mich direkt von hinten penetriert ey aber manchmal magst du das oder? ne also ne ne nicht so richtig ok aber was haben die denn die haben da abgelenkt so Rengar was machst du hier shit alter jetzt musste ich schon wieder flashen na wo ist da spawnt einer direkt am spawnen wir nehmen doch den Deck mit hier dann haben wir haben wir zu breit das Ding so Rengar kommt jetzt mit seiner Ulti und ich bin tot das sehe ich doch kommen einen noch yes haste nice tough game tough game so mein debuff ist weg in der bot lane schon wieder zwei Kills ah Eloy ist jetzt ja wir können du kannst Eloy gar nicht fighten also das ist echt so krass einfach obwohl ich nicht die ganze Zeit noch getraten bin die Heals sind einfach real hm hm so ähm let's group mit wir können ja mal versuchen alle in die Mitte zu gehen einfach so ich weiß auch nicht ob ich es richtig mache aber ich baue jetzt einfach Lich ne warte mal dann gönne ich mir jetzt vielleicht ein Rabadon sogar oder mit einem Ludens echo oder so das ist auch eine Möglichkeit mhm bitte nicht sterben nein du solltest doch nicht sterben yes süß so aber nicht engaging ich könnte jetzt aber ich könnte jetzt aber jetzt kannst du rein okay nice genau solche kleinen Pics brauchen wir ja oh 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 die Puppets die Puppets von dir war nicht schlecht wow ist aber auch noch gestorben komm komm es real wow nein das reicht nicht vom Damage oh was macht der kleine Timo ey Junge der Puppet von mir ist echt geil alter mhm die Ulti war nur leider nicht so gut gesetzt oh hier was macht der also direkt zwei nice haha frecher ey komm ich poke wieder bom 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 das hat so ne geile Range alter das hat mir Mike auch letztens erzählt deshalb nein der ist da habt ihr aber habt ihr aber habt ihr aber oh Elise warum 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 machst du sowas bloß nicht greedy werden bloß nicht greedy werden wir müssen das jetzt ganz ganz safe spielen ich muss erstmal kurz back nicht wieder hochreien gpa ich schreie backen also wir spielen es einfach chilllichen damit er mein backboard ist abgeworfen weil da schon deine Ila hohe ist ah so den ward kann man ja easy klären was ist mit Lucian los afk oder ne weiß ich nicht bewegt er sich so einfach wieder in die mitte mit vollem leben das machen wir schon wir brauchen einen guten cocoon wir haben die haben auch einen trash ok aber ich hab den poke oooooh Ezreal hat auch poke mit seiner Ulti halleluja so geh doch einfach mal zurück thrash ich hab jetzt gleich auch meinen Ignite also mein Ignite ist wie der hat meine Ulti in 3 Sekunden was heißt ja ich hab auch meine Ulti diesmal timen wir die ein bisschen besser und dann zerfetzen bei dir ja die Ila hohe steht hier ne also hier direkt daneben dran irgendwo glaube ich oder ne hier ist sie nicht weil ihre Tentakel nur ein Leben hat das heißt sie ist weg aber hier ist ne auch nicht hat auch nichts hier ist will sie auch gerade ungern fighten aber eigentlich müssen wir auch nicht guck mal ich poke das ja schön runter hier wir müssen ja nichts fighten wenn die Tentakel zerstören damit sie uns 7 fight nicht gegen uns nutzen kann ah du trottel oh shit schade dass Dings schade dass den der cocoon nicht getroffen hat dann wäre er schon mal weg hat er seine Ulti dafür eingesetzt ich glaube nicht nein aber Trash kommt hier von der Seite oh nein nicht Eli fokussen nicht Eli fokussen so jetzt warten wir mal und jetzt Ulti rein bam 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 da geht was da geht was da geht verdammt nochmal was glaube ich ich bin voll mittendrin ich bin tot wow wow der Timo Damage full AP Timo ey das Ding ist guck dir die Eloi an ich glaube wir haben es richtig hart verloren ey da können wir echt das war doch gerade nicht schlecht ich hab die Eloi sogar geignited und guck mal wie voll sie wieder ist ja aber Eloi muss man das ist das Problem theoretisch muss man die ignorieren wenn du sie aber ignorierst macht sie auch übelst viel Schaden ja ja ein ganz ekliger Champion hm jetzt habe ich keine Lösung mehr ich auch nicht aber die einzige Lösung wäre noch Thresh hat ja gerade Eloi gegrapscht und das war der Fehler ne weil den Tank grapscht man ja nicht und geht rein ja also wir können es noch versuchen aber leider ist die Botlane auch guck mal Ezreal 11-2 der ist sogar der fetteste ja ich stehe auch 2-3 also nicht wirklich äh ja das ist ja noch okay ich kann sagen mein Farm ist ganz ruhig okay jetzt kriegen wir den dritten Drake right away ja aber trotzdem das mit dem Groupen das macht wenigsten Spaß also das können wir auf jeden Fall weiter so durchziehen ja Alter Schwede sie steht 3-2 und guck mal sie geht eigentlich quasi auf Full Tank ne und dann frag ich mich wo kann da der Damage Check wenn man auf Full Tank geht da muss ich doch so krasse Base Skalierung haben ja das stimmt aber ich muss jetzt auch Eloi mainen oder was damit ich hier aus meiner in meiner nächste Season wenn die so stark ist obwohl man auf Tank geht glaub so schlecht ist das nicht ne ist ein nützlicher Tank aber hat halt nicht so viel Mobilität aber dafür ein ziemlicher Lane Bully hast du ja gemerkt ne ja boah gibt es einen Counter zu Eloi für einen Tag ja gibt es schon du musst wenn du also wenn du richtig ihre komme gegen diesen Champions Show klar wenn du ihre Fähigkeiten musst du halt nur richtig abtimen du musst halt auch die Fähigkeiten sehr gut kennen ne na gut das ist bei mir natürlich nicht der Fall ich kenne jetzt ihre Fähigkeiten nicht soo dass ich sage wow ich finde auch unsere Elite ist irgendwie ein bisschen wie ein kann das sein aber ich glaube das Schlimmste ist dass unsere Bot Lane so weit hinten ist weil ein 11-2 oder was ist das ein 11-2 Ezreal der rapet uns gerade ziemlich hart alter nicht fight nur wenn nicht alle 5 sind sonst sind wir auf jeden Fall weg soo das Gute ist schon mal dass die keinen Amumu haben oder so wenn die einfach mit nem Amumu engagen können wow du bist aber mutig du maust du oh das war nicht oh die Idee war gut oha jetzt komm oh baby Junge da hab ich doch was rein oh Eli oh shit der hat alle getroffen der hat aber alle getroffen ja einfach alle sie rapet uns einfach alle alter wow oh shit oh ho 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 Quadra-Kill vom Ezreal ja halleluja ey das Ding ist gelaufen aber gerade dieser Eli engaged war perfekt ich glaube sie hat vier Leute getroffen mit ihrer Ulti ja wow hat uns einfach alter aber das war krass ich hab meine E und meine Ulti ganz cool getroffen in alle ich auch ja krass alter und trotzdem reicht es einfach es reicht einfach nicht weil die Gegner zu weit vorne sind mit 20 Kills das ist heftig ne shit wow aber ich muss sagen so schlimm war es jetzt also ich hab immerhin auf der Toplane mit einem Farm mitgehalten das heißt es kann ja gar nicht so schlimm gewesen sein sie hat von mir zwei Kills bekommen und das war es und dann hat man irgendwie so ja die Midlane-Fights waren dann irgendwie nicht mehr so worth ja aber einen guten Fight gönnen wir uns noch und dann ist das Spiel wahrscheinlich gelaufen ist ja es sei denn wir acen sie oder so Träume können auch mal wahr werden auf jeden Fall ne so ja die tippiert auf die Toplane weil er in der Tower ist und dann Lucian da steht mit zu viel AFK rum guck mal wieso steht er da rum er war uns ein Lucian 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 bewegt genau bewegt deinen kleinen Popo oh oh okay oh shit ey ich hab sie ignited aber es ging nicht drauf das ist jetzt grad komisch gewesen ich hab explizit nur auf den Ignite gedrückt aber es ist nicht passiert wusstest du nicht dass Eloy so ne Fähigkeit hat wo sie Ignite weglöschen kann oh ah das war's okay genau next level shit ja komm wir ran an den kleinen Pfansen hier oh was macht der denn hier Hilfe wow alter der Ranga ist auch für einer dieser Hatschampions von mir ne ey es ist einfach so gelaufen alter wir wurden jetzt hier mal richtig geraped Leute Season 6 geht für uns auf jeden Fall schon mal gut los aber glücklicherweise war es kein Ranked und ich muss eins sagen mein Lieber ich hab trotzdem meinen Spaß mit dir gehabt ja war wieder witzig und deshalb nehmen wir jetzt einfach gleich nochmal eins auf auf jeden Fall aber das war trotzdem cool ich meine wir hatten unseren Spaß jetzt die Stats sind vielleicht noch die besten aber man hat trotzdem gesehen hey Wukong in der Toplane funktioniert auf jeden Fall Miss Fortune in der Mitte hat eigentlich am Anfang auch funktioniert aber irgendwann war es so erstmal Ranga war da weil sie sehr unmobil ist Miss Fortune und als zweites dann ja in der Mitte ich weiß nicht der Ezreal wäre der Ezreal also wäre es zumindest ausgeglichen in der Botlane und wir hätten auch ein bisschen poken können ich glaube dann hätten wir eine andere Chance auf jeden Fall das Name der Ezreal ist natürlich auch schon sehr stark erproken ne das muss man mal sagen wenn man Ezreal in der Lane verliert bei allem weil er im Early eigentlich mega schwach ist dann ähm ja ich schätze ich ja alles gut ich meine ich hatte mega viel Spaß auch wenn ich jetzt so Lloyd Barron GG auch wenn ich ehrlich gesagt auf der Toppen jetzt mega Problem mit einer Euler hatte aber das ist für mich jetzt ein Zeichen wo ich dann merke ok das ist ein Champion den hab ich noch gar nicht so richtig gespielt und dann wird es Zeit den zu spielen damit ich weiß wie er funktioniert um gegen ihn spielen zu können das Ding ist einfach man muss und genau deshalb sind ja Normals da und man muss auch viele Normals spielen und mit vielen Champions und Normals sind dazu da um alles mögliche auszuprobieren obwohl ich gerne mal so ein Troll bin der auch im Ranked vieles ausprobiert aber auf jeden Fall auf jeden Fall kann man sich das halt in einem Normal mal gönnen und man muss es sich gönnen wenn ihr ein bisschen höher kommen wollt von der Elo dann müsst ihr eigentlich alle Champions kennen und ihr müsst euch mit den Abklingzeiten so oh shit was macht Timo für Can und ihr müsst euch mit den Abklingzeiten abkennen und ihr müsst alle Champions kennen und jetzt kommt der letzte Finale Fight und meine Ulti kommt da nochmal rein und dann snöbelt sich durch ein Kill für Toxic so hier ist der eklige Pilz von Timotheos oh shit dieser Timo damage einfach meinst du Timotheos? ja ja von mir ist auch Timotheos ey der ist so krass alter der ist echt so krass und es ist vorbei ja ggweb ja schade aber wir nehmen jetzt gleich noch eins auf auf jeden Fall wir hatten unseren Spaß auf jeden Fall das ist halt ein Game soll Spaß machen und Toxic ist in der nächsten Runde auch mit dabei und ihr schaut in die Beschreibung dort findet ihr den Link zu dem Kanal von dem lieben Bärchen auf der anderen Seite ich bin raus Toxic hast du noch was zu sagen? ja ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ciao yeah ciao ciao ciao